Ich nicht. Ja! Woll, wir haben das Schaft runtergehauen. Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Mob Roll. Wir spielen heute einmal, das allererste Mal auf dem Cloud MC Server. Ich muss sagen, der ist wirklich richtig, richtig cool. Ähm, und zwar kennen viele vielleicht diesen Spielmodus vom Mindplex Server. Und ja, ich würde einfach mal sagen, was nehme ich denn für ein Kit? Äh, what the fuck? Okay, du drehst dich auch sehr gerne, so wie es aussieht. Ich nehme mal das Kit, äh, ja, ich würde sagen, Lore. Okay, ich habe jetzt einfach so, äh, getan, als würde ich das Schaft nehmen. Auf dem Server spielen leider noch nicht so viele Spieler, äh, somit füllen sich die Lobbys nicht so schnell. Deswegen, wenn ihr mal wirklich mit mir spielen wollt, dann kommt auf den Server und dann spielen wir miteinander, weil ich hänge da sowieso fast den ganzen Tag drauf ab. Ist wirklich ein mega, mega cooler Server. Hat derzeit nur 1000 Slots. Ähm, deswegen sollte der irgendwann mal populärer werden durch andere große YouTuber. Dann wird er auf jeden Fall voll sein. Deswegen würde ich das jetzt noch ausnutzen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im Spiel wieder. So, jetzt geht's auch schon los in drei Sekunden. Äh, es sind nur ein paar Spieler da, von dem her haben wir eigentlich, glaube ich, ganz gute Chancen. Ich habe jetzt doch nicht die Lore, sondern das Schaf genommen. Ich muss sagen, das Schaf ist ja so ein Kit, ne, wo man denkt, äh, das Schaf kann ja nichts. Aber, das Schaf hat hier so eine coole, ähm, das Schaf hat hier so eine coole, oh, der ist auch ein Schaf. Oh je, nee, das finde ich jetzt ja ganz und gar nicht gut. Aber ich packe da jetzt schon mal das exklusive Schaf hin. Also, wie ihr seht, gibt es hier so explosive, äh, schöne explosive Bomben. Und ich muss sofort weg, weil sonst bin ich gleich tot. Oh, das war dann wohl auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Taktik von mir. Nee, so, äh, wie gesagt, ich zeige jetzt nochmal die Angriffe und dann muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Aber gut, wir sind ein, äh, Leben zurück. Aber das holen wir alles noch ein, Leute. Ich würde sagen, dann machen wir uns gar keine Sorgen. So, zack. Ich muss sagen, ich habe gerade ein paar Audio-Probleme. Äh, ich weiß nicht, woran es liegt. Äh, also auf keinen Fall irgendwie an mir, weil, äh, eigentlich sollte ja alles glatt laufen. Vielleicht an meinem PC, das kann es sein. So, du stirbst jetzt erstmal. Du, zack, zack. Oh, nee, 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 nee. Oh, je, 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 je. Das war echt nicht gut getimt, aber ich glaube, die Teamen, oder? Kann es sein, dass die Typen teamen? Das sieht so aus, als würden die tatsächlich hier teamen. Wenn ja, dann ist das natürlich eine sehr, sehr treiste Aktion hier, was die hier machen. So. Aber, wir können noch alles reißen, weil wir werden einfach hier unseren Schafsbruder töten. Und das Geile ist, wie ihr seht, das Schaf schert sich dann so. Richtig nice. Oh, yes, Leute, oh, yes. Jetzt würde ich sagen, rasten wir gleich richtig aus hier. Jetzt geben wir dem mal richtig was zu essen. So. Jawoll, oh, der Typ ist tot. Den werden wir jetzt auch noch schön zeigen, wie das so ist, wenn man stirbt. Wow, halt weg hier. Das ist wahrscheinlich dieser Klon von dem. Jawoll, oh, den haben wir jetzt auch tot. Der ist ganz schnell weiter hier, weil das Schaf kommt schon. Schaf denkt sich schon so, ja, wäre nice, wenn du stirbst, ne. Aber das will ich nicht. Ja, wohl, wir haben das Schaf runtergehauen. Ganz nice Aktion. Der hat jetzt auch nur noch ein Leben. Es sind ja also schon ganz schön weiter nach vorne gekommen. Und, oh, oh, bei dem, ich weiß leider, bei dem nie so recht, wer da jetzt der aktive Spieler ist und wer nicht. Oh je, bide. Ich bin noch im Wasser. Ich bin noch im Wasser. Ich kann es also noch schaffen. So. Ich würde sagen, ich platziere da mal gleich hier oben eine Bombe. Weil ich möchte jetzt nicht nochmal runterfliegen. Yes. Wir konnten uns noch retten. Der dachte so, nee, nee, so geht das nicht hier. So. Aber wir passen lieber auf. Weil wer weiß, sonst kann das ganz schnell tot enden. Yes. Den haben wir jetzt auch. Und jetzt müssen wir noch einmal gegen Pummeluf gewinnen. Und Pummeluf scheint ein bisschen Brain-AfK zu sein, oder? Und er fliegt runter. Wenn er jetzt nicht in den Wasserstrahl landet. Oh, landet er. Dann wird er das gleich mal bereuen hier. Sexusivisch scharf. Okay. Und so. Wo haben wir... Oh, jetzt wurde ich auf Skype angeschrieben. Das ist natürlich nicht so nice. Und jetzt hier weiter runter wieder. Dürfen dem doch keine Chance geben, Leute. Und er fliegt. Jetzt sollte er aber wirklich endgültig weg sein. Und er fliegt nochmal. Und hier unten ist schon wieder so ein doofer Klon. Und nice. GG. Wow. Das war echt... Ich hätte nicht gedacht, dass wir das Ganze jetzt noch reißen. Haben wir aber dann tatsächlich noch geschafft. Und ja. Nice, würde ich sagen. Und das mit einem Leben gegen jemanden, der der Abstauber gewinnt. Ich würde nicht sagen, dass der Abstauber gewinnt. Aber naja. Trotzdem, Leute, würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut auf jeden Fall mal bei diesem Server vorbei. Der ist wirklich mega, mega nice. Ich hoffe, man hat die Störgeräusche jetzt nicht irgendwie gehört. Wenn ja, dann tut es mir sehr, sehr leid. Beim nächsten Mal ist das nicht mehr so. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir im Kommentar. Und ciao.